Ich bin Matthias Schmitt. Ich bin seit 2013 hier in Treptow-Köpenick der SPD-Bundestagsabgeordneter. Und hier ist mein Wahlkreisbüro. Hier habe ich schon ganz viele Gespräche mit Ihnen geführt. Ich freue mich aber immer wieder auf Ihren Besuch und den Austausch mit Ihnen. Treptow-Köpenick ist ein wunderschöner Bezirk mit viel Wald, viel Wasser und tollen Menschen. Erinnerungskultur ist mir wichtig. Wir dürfen unsere Vergangenheit nicht vergessen. Darum bin ich froh, dass wir aus dem Bundeshaushalt das NS-Dokumentationszentrum fördern konnten. Und es war mir eine besondere Ehre, dass der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hier war und eine Ausstellung eröffnet hat. Das Strandbad Müggelsee ist ein Identifikationsobjekt in Treptow-Köpenick. Die Menschen kommen hierher, um hier ihre Freizeit zu verbringen, etwas Sport zu treiben oder um einfach nur die Seele baumeln zu lassen. Und ich freue mich, dass es mir gelungen ist, Denkmalschutzmittel hierfür zu akquirieren, damit unser Strandbad Müggelsee in einigen Jahren wieder in altem Glanz erstrahlen wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, erholsame Tage und nicht vergessen am 24. September. Erststimme Matthias Schmidt und Zweitstimme für die SPD. Zweitstimme 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 Zweitstimme